Was geht ab, min Frendos? Herzlich willkommen zu diesem Video, diesen kurzen Infogerätschaften machen tun Dings das. Ähm, ja, Wochenende steht endlich an und ich möchte ganz gerne wieder streamen und würde euch natürlich wieder herzlichst dazu einladen, mir beizuwogen und hoffentlich das beim letzten Mal zu vergessen, das war ein bisschen zu viel Peno, bin ich ganz ehrlich, ein bisschen zu viel Peno. Äh, ja, ich will eine ganze Menge Spiele mit euch auf jeden Fall spielen, zusammenspielen oder einfach nur für euch spielen, äh, Killing Floor 2 ist definitiv auch eine Option, das wird sich in meinen Kommentaren gewünscht, ich sollte mich doch bitte melden, falls es einen Killing Floor 2 Stream geben wird, das habe ich hiermit gemacht, es wird einen Killing Floor 2 Stream geben, aber nicht nur das, natürlich nur eine ganze Menge andere Spiele, unter anderem ist ja heute Dirt Rally 2.0 erschienen, da wollte ich ja noch ein großes Videoprojekt draus machen, ein Netzplayprojekt, aber man kann das natürlich auf dem Stream mal kurz anspielen, antesten, äh, wenn ihr da Lust zu habt, äh, wir können auch noch Dead Cells spielen, also Controller und Co. nämlich alles mit. Und, ja, guck mal, so Apex, Apex Legends, ja, mit zwei Recruit Bots wieder, wie wir richtig schon aufregen können, weil die nichts geschissen kriegen, das wäre doch, das wäre doch was. Ja, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf und ich überlege auch, ob ich das dieses Mal auf YouTube verlege und nicht auf Twitch streame, da auf Twitch halt einfach nicht wirklich was los ist, ähm, und ich glaube, ich euch hier, ich will auch euch erreichen und euch hier auch eher erreichen kann, deswegen, ähm, wäre das, glaube ich, eine ganz, ganz gute Idee, gerne was in die Kommentare dazu posten, würde mich freuen, zu hören. Und, äh, ich hoffe, wir sehen uns dann heute Abend schon, äh, zum Streamen, ich werde, glaube ich, mit Killing Floor eröffnen, mal gucken, vielleicht schreibt ihr noch was in die Kommentare, was ihr überhaupt, was ihr Bock habt, aber das wäre so erstmal der Plan, Samstag und Sonntag, also Samstag auf jeden Fall auch noch, Sonntag, guck ich mal. Ich halte es sonst auf den Laufenden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, ich hoffe, wir sehen uns heute Abend und den Rest des Wochenendes und, ne, wisst ihr ja Bescheid und so, hier, liken, follow, Dings, hier, disliken, äh, äh, schreiben, äh, macht einfach irgendwas. Bis heute Abend.